So, 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 was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Ich nehme eine Mikrowelle. Ja, hier ist alles zu offensichtlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Hype und Sieg so lustig ist. Ja, ja. Es geht nicht. Es geht nicht. Scheiße. Ist das oder was? Im Leben. Multicool. Verstehst du? Es ist multi und cool. Der Flo ist ein Krapfen. Aber Klopapierrolle war ich noch gar nicht. Ich hab die jetzt hier eben auch noch gar nicht gefunden. Also ich hab das ja hier einen Tag vorher bei LeFloid gesehen, und da waren die als Klopapierrolle unterwegs. Das ist von selber zu selber unterschiedlich. Ja gut, das wäre auch geil, wenn die immer so eine Rotation hätten. Fuck ey! Ah, Wismap total hart erwischt ey, der ist ja auch ein Loser. Nein! Das ist auch gut! Jetzt wollte ich ihm so schmeicheln, dass er nachläufig wird. Ich kenn den, ich kenn den. Ach, hier läuft einer. Der Schrank. Der Schrank. Schau nicht. Nee, da kam der Schrank dran. Der Ribbons. Der Ribbons, der ist wieder... Bin ich jetzt irgendwie auch noch aufgestiegen? Nee, auf deinen kannst nicht. Die heißen einfach nur so. Super Level Dings und so. Nein! Der eine heißt Level 27, der andere Level 5. Meinst du, das ist Zufall? Nein, das ist ein Pokémon, du Idiot! Echt? Charmander ist Glumander und Zubat ist diese... äh, Dings. Fledermaus. Ach so? Ja. Nie gehört. Und Ribbons? Ribbons ist auch ein Pokémon. Nö. Okay. Ribbons ist ein Idiot. Ein Pfosten. Das ist ein thrampösischer Fußballspiel. Ja, das kann auch sein. Ja. Da lief jetzt gerade ein Kloschlüssel. Äh, ein Witsel. Ist da einer kacken oder wat? Ja. Wollen wir den kicken? Der will Ribbons rauswerfen, wieso das denn? Weil der zu leicht zu erschießen ist. Wahrscheinlich. Was im Blödsinn schon wieder, ey. Ah, guck mal, jetzt sieht man neben auf dem Radar, sehen wir, dass das... Äh, 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 letzte Runde dann als Sucher oder was vorgibt. Hm? Ja. Ja, das ist ja wirklich überhaupt ein Antran, oder was? Nee, irgendein anderer nicht. Gut. Der Zubatrausch oder so. Ah, der Flo war ein Couch. Als Couchtisch warst du richtig gut. Das hat man dir abgekauft. Ja, gell? Ja. Vor allem deine Ecke. Super. Okay, was bin ich? Was bin ich? Die Karteikartenbox wieder. Nee, nee, nee. Die war der Knüller. Ja doch, dann nehme ich die Karteikartenbox. Gut. Pappkarton. Alter! Was ist denn hier los? Hier drin, das ist alles so bekannt, weißt du? Hm. Dann verstecke ich mich draußen. Mitten im Gang. Da ist ein Sofa. Fuck ey, ich weiß nicht, wo ich hier soll. Hier gab's doch irgendwo mal ne Kü... Ach, hier. Fuck, hier ist ja schon ne Mikrowelle, ey. Das macht nichts, das stand ich eben auch die ganze Zeit. Ja. Meinst du ja? Meinst du ja? Schuhe! Aber ich stehe da ordentlich. Ja, das ist... Man prägt sich das dann ganz schön ein, die Map, oder? Ja, gell? Ja, eben auch. Der große Map, das war ne Katastrophe. Ja. Ja, gut, das ist... Aber das lernt man dann auch irgendwann, glaube ich. Das war ein Vorherfall nochmal. Inferno. 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 Oder war das Inferno? Weißt du, wie hast du besucht denn jetzt? Ja. Ach, der findet doch nix. Der findet doch nix. Das Ding ist aber... Ja, scheiße, ey. Ich hab gehofft, der geht weg, ey. Der hat zweimal auf mich geschossen, ich hab mich nicht überhört. Was warst du denn? Mit einer scheiß Mikrowelle. Eine scheiß Mikrowelle, okay. Ja, es gibt ja nur einen im Büro wahrscheinlich. Flo, wie hieß denn, wie wir da gespielt haben mit dem Farmhouse? Mit dem Farmhouse? Ja. Mit dem Farmhouse? Pass auf, der schießt da einfach. Ne, ne, der schießt da nicht. Denken wir nach, hm? Hab ich das schon mal gesehen? Ah, jetzt können wir ja sogar was sagen, was wir sind... War das? Will ich ja, aber... Ja, ja. Melizia, oder? Ja. War das das? Oder... Ja, ja, stimmt. Genau, Melizia. Der hat doch nix geschossen. Ne, aber der hat doch nicht... Der hat mich... Der hat doch geguckt, hatte. Der hat sich gefuckt, ja. Lass mal die Karte wählen, weil die waren ganz ziemlich geil. Der hat das gar nicht gecheckt, dass du weg bist. Idiot. Wie kann ich denn jetzt hier stimmen? RTV... Ah! Was für eine Flucht! Das war aber auch schlecht von dir, ey. Ne, das war auch gut von mir. Das war so gut von mir, ey. Oh, 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 oh. Was für eine Flucht! Was für eine Flucht! Da gibt's ja nix. Das ist ja scheiße. Das ist eins. Ja, super. Gut. Ja, ja, sehr. So ist das halt, ne? Ei, ei, ei. Gutes Spiel. Sehr, sehr, äh. Äh, Flo Dolph! Ja? Nochmal, äh, hast du das mitgekriegt mit, äh, Battle, äh, Battle-Net, dass da Hitler als Beleidigung zählt? Battle-Net oder den... Bei Battle-Net, wenn du da den Fluchfilter anmachst, ist, äh, nimmt es halt, äh, es ist ein Curse. Ein Curse-Word, ey. Okay. Okay. Okay, was gibt's denn jetzt für eine Karte? Äh, Milizier wollen wir. Wir müssen RTV eintippen und dann mit der Milizier. Ja, aber es ist doch... Es ist doch nichts... Also, wir haben doch jetzt gerade gewartet. Mann. Ja, ihr wart ja schon alle tot. Ne, ne, ich hab gewartet, aber es ist nichts passiert. Ah, jetzt. Was kommt jetzt? Guck mal, es kommt was Neues. Für den Crew gibt's ja schon. Boi. Ja, war die richtige. Ja. So, was ist das denn hier? Antiterror... Scheiße! Uh, hab ich mich fast verleden, ey. Ich will der Terror sein. Und ich nehm hier... Okay. Okay, cool. Ich nehme... Dack. Hey! Bist du der Stein, oder was? Nein. Oh, ich bin der Stein auf den Bierkassen. Wer sucht denn? Ja. Ich geh direkt aufs Dach. Wer sucht denn? So, du bist eine andere Bierkasse. Ja, ich bin einer anderen Bierkasse. Ja, ich bin einer anderen Bierkasse. Achso, ihr sucht gar nicht beide? Ja, ich bin der Stein. Das ist doof, dass man sich nicht umgucken kann, ohne sich zu bewegen. Ja. Weil das würde man doch schon gern mal machen. Aber das wäre halt doof, weil... Wer rennt denn da als Kloschlüssel auf dem Dach rum? Okay. Wahrscheinlich du. Nee. Oder unten ist er schon. Ich bin der große Stein. Und ich hab mich bei einem anderen Stein angekuschelt. Das ist einer von den beiden Bierkassen. Dass hier Big Party auf dem Dach ist, oder was? Ne, dass da neben ein Seil ist, wo wir hochkassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Kloschlüssel, Bierkassen. Die laufen alle da oben rum. Wo ist der? Wo ist der? Genau, und er schießt da. Er kommt doch... Nee. Kommt was da? Nee. Kommt doch mal! Kommt doch mal! Wie ist das da oben? Das geht schon die ganze Zeit so! Alter, jetzt... Irgendwie geil, wir haben die perfekt... Die Kloschlüssel wird gehuntet! Verzieht euch! Verzieht euch vom Dach! Mach! Okay, okay. Er ist weg, er ist weg. Bist du schon tot, oder was? Oder wo siehst du den? Ja, ich... 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 Ich hab' Blick auf das Dach. Ich bin der Stein an dem anderen Stein. Er macht so eine Action, dass der mich nie im Leben finden wird. Jetzt kommt er hoch, Achtung! Ja, ja. Der hat einen schon gesehen, und den anderen findet er jetzt auch gleich. Sau schlecht, der trifft ja links. Boah, was ist denn jetzt los? Nein! Die Kloschlüssel! Sie haben einen Freund gesichtet. Eine Kloschlüssel mit Urin drin. Jetzt haben wir total Zimmer. So. Nix gut da. Oh! Seid abgehauen, ey! Eieieiei! Harte kenne ich gar nicht, aber die wird von Counter-Strike GO auch gut. Milizia, die ist doch... Das ist Milizia? Ja? Ich hab' die noch nie gesehen, aber sowas ehrlich gesagt. Ja. Milizia fand ich immer toll. Ja. Die hab' ich bei GO noch nie gespielt, glaub' ich. Nee. 18 Sekunden. Haha, der Stein. Gude. Als Stein kannst du dich eigentlich überall hinstellen, ne? Naja, überall nicht. Oh, den Ends muss man jetzt nicht packen, naja. Jawoll! Okay, was sind wir jetzt? Auspuff Endtopf! Alter, die 5! Auspuff Endtopf! Na gut, meinetwegen. Das ist gut, der ist so schwer zu treffen. Da sieht man, da seh' ich ja aus wie, äh... Wie ich? Gedärm. Ach, guck mal hier, pass' ich gut hin. Der ist ein Sofa, woher bist du der Sofa? Hier hinten halt. Ja, bist du der Stein? Ja. So war's doch gut eigentlich. Komm, setz dich! So? Nee, nee. Quer noch. Alter, ich spring' und du rutschst runter. So? So ungefähr. Yay! Ein Auto! Wer ist der Stein hier neben mir? Wo bist du denn? Ich bin bei dem roten Auto. Nee. Oh. Ich bin hier auf dem Dach wieder. Okay. Oh. Jetzt bin ich hier durchsachgebracht, ey. Fuck. Der Stein ist auch ein bisschen ungünstig da, ja. Ja, das geht schon. Na gut, es geht hier auch um Spaß, ja. Oh. Den Auspuff Endtopf, den sieht er nicht. Nee. Ich bin viel zu flach. Aber oben geht die Tür auf, das hört er ja. Deswegen ist er jetzt gerade weggerannt. So weiter geht's. Wo ist der gerade? Wir setzen unsere Reise fort. Ja. Der ist jetzt ins Haus rein gerade. Ins Haus. vorbei. Ach, Alter. Scheiße, Alter. Ja gut, du keine Sau. Und der Stein, ey. Dieser Depp. Der Stein ist ein Depp. Ich bin der Auspuff Endtopf. Aber der Stein ist ein Depp. Kannst du da hoch? Yeah. Aber an dem Ort, wenn irgendeiner von den zwei Jungs der Sucher ist, werde ich da auf jeden Fall... Nein! Hahaha. Fällt da ein Auspuff vom Dach, ey. Hahaha. Passiert. Das... Das... Darüber lachen die Ludolfs nicht. Hahaha. Für die ist das normal. Das Auspuff Endtopf. Vom Dachfeld. Dein Name, Alter. Guck mal, wie viele Leute noch drauf sind. Irgendwie sind alle gelieft hier. Naja, es sind noch ein paar. Naja. Einer noch. Neuer dabei. Drei und mit drei. Naja, es ist ja nur ein Sucher da. Gib dir nur einen. Gib's generell immer nur einen? Ne, je mehr da drauf sind, umso mehr Sucher gibt's. Das ist doch mal auf einem Game, auf einem Server, wo viele Leute sind, oder? Das ist der einzige Server. Das ist... Das ist der... Der... Der vollste. Geil. Wir haben ja eben schon alleine gespielt. Oh. Ja. Okay. Das Haus hat jetzt auch einen Auspuff Endtopf. Ja. Mal gucken hier. Hier von oben hast du natürlich... Das ist auch geil, ne? Ja. Niemals. Aber wenn ich suche, würde ich dann bei solchen Orten auch mal gucken. Wie gut ist das? Ich springe mal auf einen Baum. Wow! 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 Hier, was hab ich hier? Wuhu! 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 Nee, ein Stück rechts noch. Guck, du guckst da durch. Microwave. Immer noch ein Stück rechts. Du guckst da durch. Du guckst da durch. Nein, guck nicht. Links guckst du durch. Nein, nein. Das ist perfekt. Ja, Flo. Nein, noch ein Stück rechts, Alter. Du guckst da durch. Ich guck nicht da durch. Doch. Nein. So, so war gut. Nee. Ich darf jetzt so stehen. Im Leben nicht. Das ist doch total. Das ist jetzt wieder diese Logik-Sache, weißt du? Warum tut man da Heuballen auf? Da drunter sind auch Heuballen. Echt? Ja. Aber warum tut man sie auf, die Veranda? Weil die dann nach oben müssen ins Dachgeschoss. Ach so. Weil da die Kühe sind. Nee, aber das ist Lager. Ihr wisst, dass wir keinen Sucher haben? Oh, ja. Okay, warte. Ich mach Sucher. Okay. Okay, Tools. Okay. Ja. Du hast jetzt die Karte eingeprägt. Ja. Du sagst mir jetzt ganz genau, wo die Gegner sind. Ja. Was seid ihr denn? Was heißt das? Seid ihr wieder Bierkästen? Volltreffer. Volltreffer. Ja. Okay. Okay. Ich bin der Klimaanlage. Da ist die Sau! Ich bin noch nicht egal. Und wie weit ich hier laufen muss? Die Brücke! Okay. Warte mal. Hier ist bestimmt schon einer. Ich weiß das jetzt leider nicht. Wir wissen jetzt wie der Stein aussieht. Da lacht er nur. Du bist wie der Obelix. Ich weiß ganz genau, was du bist. Fett. Nicht wie... Was ist das denn? Haha. Der muss halt nur treffen jetzt. Ja. Ich komm hier nicht durch die... Oh Scheiße. Du bist ja auch... Du bist ja auch ein Scheiß Ding. Scheiß Regal, ja. Scheiß Regal, Mann. Ja. Ich hab halt jetzt auch noch nicht alles gesehen, also ihr könnt schon Dinge sein. Lass einfach gucken, weil ich sehe... Ich sehe was eigentlich nicht sein dürfte, so weißt du? Ja. Wie eben bei den dreigen Bildschirmen. Gehen wir mal hier lang. Der Strohbein ist weg. Bro, du bist ja. Gestern haben wir auch dreimal vorbeigelaufen. Ja, das geht ganz schnell, man übersieht ja's. Ja, auf dem Dach sind wir eine gute Option. Okay. Das wollen wir jetzt gar nicht mehr... Moment, wer stellt da Strohbein hin? Warum liegt denn da Strohbein? Der Level-Designer. Ein Bauer. Ja. Rechts der Stein, den hast du schon. Ja. Ich glaub schon. Interessant. Ja, ja. Ja, da ist die Tür aufgegangen. Ja. Unter dir. Ne, die war eben schon offen. Ja. Okay, Regal kann es sein. Das Klo. Ne. Das wird immer da sein. Ja. Ich find da doof. Ich weiß halt noch... Ja, wenn du halt nicht weißt, was alles so möglich ist... Das ist schwierig, ja. 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 Okay, das ist zu einfach. Ja, Mist. Ja, aber wenigstens dann... Also, ich find's cool, dass du wenigstens rumläufst, weißt du? Da hat man wenigstens... Nicht so wie du, wo du immer... Ja, das war... Aber das war, weil ich Angst hatte, weißt du? Einer noch jetzt, oder? Warum hat sich die Tür jetzt gerade... Ja, die bewegen sich ständig irgendwie anscheinend. Und das heißt nichts. Ah, schade. Was wart ihr? Was wart ihr? Was wart ihr? Keine Ahnung. Flo? Das lustige Regal... Ach, du hast das Regal. Stimmt. Stimmt. Euch beide hab ich da erwischt. Oh! Hab ich da fast alle erwischt? Okay, jetzt mach ich's mit dem Messer tot. Well, that was easy. Ja, und das was easy aus. Okay, also hier... Einmal kann ich auch lang. Da ist das Loch, gell? Ja, da war noch was. Dann komm ich daneben an dem Fluss raus. Ich kann sich auch überall verstecken. Also das ist schon hart, gell? Ja. Ich mein, wenn die sich jetzt alle um dieses Haus rum verstecken... hier ist alles clean, Dave. Hier ist alles clean, Dave. Aha. Ha? Fuck! Ha 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 ha! Saugut! Wer hätt's ahnen können, ne? Ja. Das ist halt... Na die waren nur eben schon da. Nee! Doch! Nicht so viele! Doch! Es waren genau die beiden! Ich hab nur... Ich wär auf Kauran, Alter! Ich hab nur auf einen geschossen. Ja. Okay. Nee. Man müsste halt alles, was es hier gibt, als stehend und als umgefallen irgendwie noch... äh... einbauen können. Ist alles normal? Wart ihr das nett, wenn ich hinter euch herrenne und einen Spraytag auf den Boden hau? Nee. Ich mach mal die Ohren aufmachen. Was bist du denn? Unterwegs. Aha. Gibt da aber nix mit. Geht doch mal zurück aus dem Häuschen raus und dann seht ihr schon wieder aus. Ich hör... ich hab... ich... Ist mein Ton aus? Aha! Ach, das kann man auch machen? So Bilder in Sprayn? Alter, hast du ja noch nie Counter Strike gespielt? Ja... Ja... Ja doch, aber bei den... 200 Stunden! Bei den modernen Counter Strikes kannst du das nicht mehr. Nein? Ja... Ja... Das Sprayn? Ja... Ich glaub das geht nicht. Ich spiel doch Counter Strike... äh... Counter Strike Go. Also ich glaub das wird ne sehr müde Runde. Ja... Ich bin auf dem Dach. Ich net. Okay... Aber du hast eben ganz schön lang und da unten in der Kanalisation auf ne Kiste geguckt, die war ich... Nein! Die Holzkiste? Ja, die Holzkiste in der scheiß Ecke, Mann! Die... Die war zu gut versteckt. Jaaa... Die sah zu gut aus. Zu heiß! Okay, ich hab wieder gewechselt. Also ich such net. Ich auch net. Ich hab schon so oft gesucht heute. Suchen find ich kacke. Echt? Ja. Du willst dich lieber irgendwo einfach hinsetzen und warten bis irgendwas passiert? Ja. Okay, dann geh ich wieder zu suchen. Oder ist jetzt schon einer rüber? Nee, kommst du nicht. Du musst antieren. Ja, ja, okay. Summe Rehenschein... Blei... Oh ja, ja, ich hab gekänt. So nennt man das. Okay. Genau, 10 Sekunden. Okay. Soll ich dir mal ins Gesicht kotzen? Du kannst doch mal spielen. Ja, na gut. Ist ja ähnlich. Lass mich mal. Okay, wir machen einen fliegenden Wechsel. Abzug, ich zuck, ich zuck, ich zuck! Go, go, go! Das geht alles von deiner Zeit, Mann! Ja. Nur ohne fliegen, sondern mit stampfen. Ja, ja. Wie geht das hin? Wie weit hast du springen? Ach. Mausrad, da kannst du die Waffen durchwechseln. Links klick. Schalldämpfer auf. Hör auf! Ach, du hast den schon gesehen. Ja, ja, ich weiß genau, wo meine Steine sind. Das war gut. Den hätte ich wahrscheinlich übersehen. Ist ja auch der denn. Die Maus-Sense ist so scheiße eingestellt. Wie denn? Zu schnell. Nee, ich bin, ich spiel immer so. Ich spiel Low-Sense. Okay, ne, ich nicht. Dann dreh ich durch. Dann hab ich das Gefühl, ich muss, ne, ich muss an einer riesen Kurbel drehen, bis der sich irgendwas bewegt. Deswegen hab ich immer bisschen schneller eingestellt. Ja, ja. Es ist aber gut, dass die Türen sich bewegen, weißt du? Dann ist man nicht so sicher. Hier ist alles safe, ja. Hier ist alles safe, ja. 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 Mal gucken. Hier ist... Ah. Ja, das war auch schon alles. Ja, die zwei. Ah. Was ist das? Der war auch schon. Okay. Guck mal, doch mehr Leben jetzt, gell? Ja, ja. Du hast oben drauf gekriegt. Mhm. Jetzt sind wir schießen. Was ist das denn? Ach nee, okay. Das passt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nee. Nee. Aber das kannst du ja auch sein, ne? Ja, hab ich eben gesehen, deswegen. Also da gibt es ja eigentlich nur eine Stelle, wo man sich da hinsetzen kann. Aber hier diese Pappkartonstapie könnte es natürlich auch sein, ja. Das ist schon krass, gell? Ja, der Flo ist ja schon so ein Versteckertyp, ne? Hätte ich jetzt aber auch drauf geballert. Das fand ich jetzt auch krass. Suspicious. Ja, suspicious, gell. Schau, links. Wo? Nein, der Tisch, der war eben schon. Nein, nicht der Tisch. Die Kiste. Egal. Stimmt, hier ist die Kiste gar nicht mehr da, ey. Das war so hart der Flo-Dolf, ey. Ach du Scheiße, ey. Was ist das hier für... Ja, das ist der untere Gang. Jetzt kommst du hier im Garten raus. Das ist ja behindert, ey. Heftig, gell. Wo warst du, Flo? Hier. Oh nein! Der Auspuck! Ich bin ja auch schon voll lang hinterhergelaufen, ey. Wenn ihr sich noch freut. So, jetzt gibt's aber auch's Maul, ja. Ne, jetzt wollen wir noch was, ey. Ach du weißt, wie wir auch schon. Ja, ich hab das für mich empfunden. Flo, wo bist du? Ich hab das Besten zum Verstehen gemacht. Ich kann nicht mehr kaufen. Ja, es wäre mal 1-1. Du Scheiße. Das ist, glaub ich, das Unauffälligste, was es gibt. Ja, ja. Bleib doch mal da stehen. Jetzt ist er bestimmt so großer, dieser große weiße Van. Ja. Schau mal das genau hier mal an. Der ist bestimmt ein Baum. Bisschen dezenter wie ein Baum. Zwei Bäume. Zwei. Nein, nein, nein. Ja, das ist halt doof, dass man für sowas schon verliert, aber das... Pegasus. Pegasus. Was war das denn für ein Depp? Ey, der war als Fahnen getarnt. In einem Haus. In der Wohnung. Auf dem Flur. Okay. Ja, das war schon alles so eben, ja. Moment, was ist das? Nee. Ja. Also ich mein, der Auspuff ist ja eigentlich unauffällig, aber der ist total auffällig. Ja. Weil es gibt hier auf der Karte nur einen oder zwei, die irgendwo in Regalen liegen. Und ähm... Ja, das stimmt. Ja. 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 Hier ist alles richtig. Alles richtig. Moment. 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 Und was ist das? Du schießt die Tante und schau vorbei. Die Sau. Die Sau, ey. Du musst schon ein bisschen... Aimen. Alter, wer ist denn das? Mit deinem Hi-Sense, ey. Alter. Flo, bist du da? Nee, nee. Ich hab ihn verloren. Nein, nein. Wo ist er hin? Nein, das gibt's nicht. Oh, Alter. Das gibt's nicht. Wo ist er hin? Du, 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 du. Das warst du doch, oder nicht? Ja, wieso hast du denn nicht gesagt, dass du das warst? Das hat doch jetzt keine... Wißt du, was ich mache? Hä? Siehst du, was ich mache? Das ist mir ja irgendwie... Der Vorgang wieder. Nee, nee. Nur unbedingt. Kann auch sein, dass der Christoph denkt, dass der tot ist. Ja. Nein, hör doch auf! Das war doch... Nee, dann krieg ich dich selber um. Oh... Doktor Man! Scheiße! Ja, jetzt wird's auf... Jetzt gibt's auf... Oh, das ist... Jetzt geht's ab. Hätte ich nur die... Und jetzt gleich mit der Maschinenpistole. Da gibt's aber ganz schön was aufs Maul. Aber jetzt noch nicht. Gleich erst. Mit der triffst du nicht.